Da will keiner runter, ne? Neee? Jetzt kommt. Auf Ehre nicht. Ich hab ne Schaufel irgendwie aufgehoben. Willst du mir vielleicht helfen, oder? Ey, nee, ich muss hier was wichtiges looten. N' Snack. Ach, Digga, Mann. Der geht da so hin? Ihr habt Benzin gefunden. Wir können jetzt einfach gehen, oder nicht? Dann muss ich ihn ablecken. Ich belade so lang den Laster. Ich bin raus. Ich bin rausgelockt. Komm, mach, mach. Ciao. Ey, guck mal. Wieder auf. Scheiß, ich hab meine Waffe durchgebaut. Fehlt mich, wenn wir meine Waffe haben. So. War nicht so stark. Perfekt, dass die Tür einfach durch ihn durchgeht. Ich wollt grad sagen, eigentlich. Leerer Kanister, interessant. Nein, 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 nein. Ich hab ihn doch extra drauf geladen. Die Frage ist, wo müssen wir die hinbringen? Ach so, wir müssen die Kanister aufladen. Wir brauchen nur einen Kanister, der aufgefüllt ist. Nein, mehr nicht. Ich muss vier Kanister beladen, Alter. So. Ich bin du. Aber wer mag ein Reinkauern, was ein Problem ist, weil du es. Ja, wir haben jetzt die Kanister besorgt. Ernsthaft? Na ja, mach mal auf Sendung. Die Quest auf Sendung. Wie geil, jetzt haben wir, ob du den Wille abwählen. Ja, ich sag mal so, wir hatten den Schuh frei. Autsch. Dürm. Der dreht sich einfach zu mich. Hier ist auch nie Nacht, ne? Verdammt, ich stecke fest. Oh, okay. Ich hab ihn rausgebrochen. Geh nicht da rein. Volle Idee. Kannst du mich wiederbilden? Nein. 64 Dollar verloren. Ich hasse dich. Autsch. Was machst du? Ich hab mich hier Kisten platziert. Ich hab zwei Meter Kisten platziert. Bei Spielen stellst du keine Fragen, du erledigst sie einfach. Ja, nee, nee, nee. Ja, haben wir auch gemacht. Ich verstehe aber nicht, warum wir das. Das ist nicht wichtig. Kannst du sagen, dass dein Spiel nicht 30 Stunden dauert, sondern 40 Stunden? Oder wir machen es einfach wie bei Dying Light the Following. Du fährst einfach eine halbe Stunde. Ja, stimmt. Vor allem du steckst sie auch immer. Du fährst jede zwei Sekunden da fest. Ja, das ist klar. Was? Was? Alter. Achso, ich dachte, die feiern. Ich weiß nicht, warum mir der Navigator sowas anzeigt als Weg für ein Auto, aber... Doch, weil man hier vielleicht nicht mit dem Auto langfahren soll, sondern zu Fuß weiter... Was für ein Navigator hat denn sowas? Weißt du, du bist doch der Typ von Mensch, der in den Flur mit dem Auto fährt. Der Navigator hat's mir gesagt. Hilfe! Au! 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 Lass mich! Oh! Ups! Alarm! Was hast du getan? Alter, schieß dich, du! Ciao, Mann! Ich bin drauf! Los! Los! Ich seh nichts! Du musst dir sagen, wo ich lag, weiter! Rückwärts! Genau! Ins Haus rein! Die hat doch gesagt, ich seh nichts! Dreh dich! Rechts nach vorne! Rechts nach vorne! Ich bin jetzt ausgestiegen. Mach du das! Mir doch egal! B economies! Gppen ist die storms macht und Cute! Du lack dich nicht aufhör! Nein! Aber okay! Dreh, alles klar! Das ist dann ganz geil!